Hä? Oh, jetzt kapierst du dich nicht weiter hier. Hallo, so bin ich wieder da. Eine kurze Unterbrechung war's. Sorry. So, aber wie soll ich das jetzt hier reinkriegen? Da steht drauf, Platziere, Bauteil hier, meinen die das so? YOLO! Aber... Und jetzt? Muss ich jetzt hier wieder raus? Oder was? Ich komme rein wie die, die alle forten. Mein Humor macht, dass sie sich ausziehen. GPC ab 18, ich bin ein Comedien. Bist du die Musche streng? Bist du Blutest ein Mann Gangbang? Na, mach mal weiter. Mal gucken, was hier kommt. Mal gucken, was hier kommt. Ach. Ach sonny Scheisse. WILL das jetzt weiter? N Nöööööööööö. Sie sich aufziehen, GPC ab 18, ich bin ein Comedian. Comedians, Menschen, die andere Menschen zum Lachen bringen, und man muss sie einfach lieben. Aber wieder kommen hier keine Monster, ich hab dich an. Hm, jetzt nur, dass ihr noch was hier... Ja, da komm ich ja her. Hm, jetzt steht Jochen, was da? Made by Chaos Flow. Kannst du mich sehen? Falls nicht, wurde die Map auch friedlich geladen. Hallo? Hm. Scheiße. Hm. Scheiße. Hm. D-d-d-d-d-d Aber warum? Ich hab jetzt dieses Teil vom Viki-Fu-Wolf. Achso. 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 Äh. Ich brauch jetzt einen Diamanten. Äh. Oh, jetzt kapiert ich mich weiter hier. Hm. Hä? Jetzt kapier ich aber nicht weiter. Ja. 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 Ja, du bist hinterher. Sorry. Achso, ich hab sie nicht vermissen. Sorry. warte mal Scheiße, wie neigt das jetzt? Nein, Scheiße! Hoffentlich geht es jetzt trotzdem weiter und das wird alles probieren F.I. Oh, jetzt müssen wir die Zombies da erzählen Ja, jetzt kommen wir jetzt auf Monsters 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 H.I. 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 Hier gibt es eine kleine Kluverlust. Wir sehen uns beim니bieren. Wir müssen die Bedingungstat haben. Wir müssen die Bedingung stellen. Wir müssen das kühlen. Wir müssen die Bedingung entwickeln. Wir sollen die Bedingungик her gut machen. Wir müssen die Bedingung auf das schnellen Bedingung. Leine Pfeil Hoh noo wie wir jetzt in der zweite Frucht nehmen. Ding, ding. So, hier. Oh, sorry. Da hab ich gerade meine Niest. Was muss ich noch hier? Drei? Ja. Die Drei muss ich noch einstellen. Mal gucken, was dann passiert. Ähm. Ähm. Hä? Ah, hier? Oh, warte. Und jetzt? So. Hier oben noch mal da hin. Ähm. Ähm. Hm. Okay. Das ist schon so. Oh. Einer. Mh. Äh. Huch, nein! Tolle Beute. Ha. Check mich vor allem. Wo bin ich denn nun? Hallo. Oder muss ich da aussteigen? Keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung, Jungs und Mädchen. Ah, Menno. Oh. Aber die kann ich ja nicht sagen. Ich bin echt... Ich muss mal aussteigen. Ich guck mich doch mal an. Oh, Mann. Oh. Hm. Alter. Minion. Hm. Tolle Korte. Hm. Oh. 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 Hm. Wieso ist da ein Loch? Ich hab doch jetzt... ... 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 Vielen Dank.